Dieses Video steht unter dem Stern der 10-Tage-10-Fotos-Reihe vom guten Michael Ziegern. Vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm und den anderen Teilnehmern vorbei. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da bei mir die Fotografie eher ein kleineres Hobby ist, bei dem ich leider nicht ganz mit all diesen talentierten Menschen mithalten kann, soll es bei mir bei dieser Gelegenheit mal wieder um den guten Ton gehen. Ich möchte in diesem Video nämlich zusammen mit euch einen kleinen Exkurs in die Welt der Mikrofon unternehmen und einfach mal anschauen, was für Mikrofon-Typen es eigentlich so gibt, besonders wenn es um das Thema Sprach- oder eben Stimmaufnahmen geht. Egal ob für YouTuber, Streamer, Podcaster oder verschiedene Situationen vor der Kamera. Was es da alles so gibt, was sich in welcher Situation besonders eignet und wie die ganzen Arten so klingen, das erfahrt ihr wie immer hier. Bei der Mikrofonierung gilt wie in vielen künstlerischen Bereichen, es gibt keinen falschen Weg. Solange es euch ans Ziel bringt, ist alles erlaubt. Und unter dem Motto schauen wir uns mal grob an, was es eigentlich so für Mikrofone gibt und wofür sie sich besonders eignen. Steigen wir damit direkt in die erste Mikrofon-Kategorie ein, den Headset-Mikrofon. Ich habe hier jetzt gerade mein Bayer Dynamic MMX 300 mit recht hochwertigem Mikrofon am Start. Diese Art ist besonders geeignet, wenn ihr euch nicht allzu viele Gedanken um das Mikrofon machen möchtet. Einmal runtergeklappt, bleibt es in Position und damit immer dicht an der Tonquelle, egal wie ihr euch bewegt. Einzige Einschränkung ist im Zweifelsfall euer Kabel, aber auch hier gibt es drahtlose Alternativen. Bei dieser Mikrofonart befindet sich üblicherweise am Ende eines solchen Ärmchens eine kleine Elektred-Kondensatorkapsel mit omnidirektionaler Richtcharakteristik. Das heißt, ihr nehmt theoretisch rundherum allen Sound gleichmäßig auf. Durch die relative Nähe zu eurem Mund seid ihr als Schallquelle allerdings deutlich lauter, weswegen trotzdem relativ wenig an Nebengeräuschen der Aufnahme landet. Gleichzeitig sind diese Kapseln meistens auf Sprachverständlichkeit getrimmt, was sich dann in einem mitten- bis höhenlastigen Sound äußern kann. Mein MMX 300 liefert dabei schon einen nicht ganz so selbstverständlichen vollen und runden Sound. Wenn ihr so ein Mikrofon für Content-Creation nutzen möchtet, solltet ihr daher ebenfalls darauf achten, dass ein möglichst umfangreiches Frequenzspektrum eingefangen wird, damit ihr im Zweifelsfall maximale Qualität bei der Bearbeitung habt. Dann kann aus einem recht einfachen Sound wie diesem hier, wie ihr ab jetzt hören könnt, ein durchaus podcast-tauglicher oder eben videotauglicher Sound werden. Was aber dieses Thema etwas schwieriger macht, ist, dass es in kaum einem anderen Mikrofonbereich so große Qualitätsschwankungen und unterschiedliche Klangausprägungen gibt. Das liegt vor allem an der riesigen Flut günstiger Gaming-Headsets. Das zweite Problem sind oft günstige Onboard-Soundkarten. Die lassen nämlich meistens nur die Wahl zwischen aggressiver Rauschunterdrückung oder komplett rauschigem Signal. Deshalb macht es gegebenenfalls auch Sinn, an eine extra Soundkarte zu denken. Wenn es etwas unauffälliger sein darf, gibt es aus dem Bühnen- und Fernsehbereich aber auch noch sogenannte Bügel-Mikrofone. Am Ende quasi ein Headset-Mikrofon, nur eben ohne Headset dabei. Oder wie ich es hier jetzt gemacht habe, mit einer hybriden Lösung. Das hier ist nämlich eigentlich ein Lavalier-Mikrofon. Konkret das Rode Lavalier Go. Zusammen mit einer Halterung wird das relativ schnell und einfach zum Bügel-Mikrofon. Ebenso unauffällig wie Bügel-Mikrofone sind Lavalier-Mikrofone. Diese sind technisch auch recht nah mit Headset-Mikrofonen verwandt, handelt es sich bei diesen doch auch um kleine Elektrikondensatormikrofone. Der Hauptunterschied liegt eigentlich nur darin, wie man sie trägt. Üblicherweise könnt ihr so ein Mikrofon unauffällig wie ich jetzt an eurer Kleidung oder auch darunter befestigen. Für guten Ton sorgen sie schlicht durch die extreme Nähe zu euch als Tonquelle. Gleichzeitig können dadurch aber auch verschiedene Nachteile entstehen. Dadurch, dass sie nicht direkt vor dem Mund positioniert sind, geht hier zum Beispiel einiges an Klarheit verloren. Beziehungsweise durch die Nähe zu eurem Körper kommt tendenziell etwas mehr Bass dazu. Viele dieser Mikrofone kompensieren das aber bereits. Gleichzeitig handelt es sich hierbei aber auch wieder um Mikrofone mit Kugelrichtcharakteristik. Das bedeutet, sie nehmen den Sound rundherum gleichmäßig auf. Auch das, was nicht von euch kommt. Durch die extreme Nähe zu euch bleibt die als lauteste Tonquelle in der Regel deutlich lauter als die Umgebung. Trotzdem können immer noch einige Umgebungsgeräusche wie Raumhalt, Tastentippen und alles weitere in der Aufnahme landen. Bei mir zum Beispiel werden in meiner Aufnahmeumgebung relativ gut hohe Frequenzen abgedämpft. Der Bass auf der anderen Seite wird fast schon verstärkt. Aus dem Grund ist dieser Mikrofon-Typ für meinen Einsatzzweck nicht unbedingt die erste Wahl. Übrigens bieten diese Mikrofone gerade vor der Kamera unterwegs eine Menge Flexibilität. Gepaart mit zum Beispiel einem externen Rekorder oder wie in meinem Fall mit einer Funkstrecke, seid ihr bewegungstechnisch quasi fast komplett uneingeschränkt. Die meisten kennen sie mittlerweile wahrscheinlich von Streamern und YouTubern. Oder auch noch klassisch aus dem Tonstudio. Die Großmembran-Mikrofone. Und die, die gerne so tun, als wären sie welche. Diese Mikrofon-Art kommt in äußerst vielfältigen Farben und Formen daher, als dynamische und auch Kondensator-Mikrofone. Mit XLR und auch USB-Anschluss. Zu den Unterschieden zwischen Dynamisch- und Kondensator- und XLR- und USB-Mikrofonen findet ihr hier bereits eigene Videos. Ich habe mir für diese Kategorie mal zwei sehr beliebte Vertreter rausgesucht. Das Shure SM7B als typisches Broadcast-Mikrofon und das Rode NT1 als Vertreter der Großmembran-Kondensator-Mikrofone. Ersteres könnt ihr jetzt gerade hören. Diese Mikrofone werden üblicherweise sehr nah am Sprecher, direkt vor oder leicht neben dem Mund positioniert. Durch diese Nähe, die direkte Ausrichtung auf die Tonquelle und ihre Richtwirkung bekommt ihr hier mitunter den klarsten, direktesten und gleichzeitig auch vollsten Klang. Beide Mikrofone eignen sich hervorragend für alles in Richtung Voice-Over, Streaming und alles, wo eben die Stimme eine übergeordnete Rolle spielt. Damit einher geht aber natürlich auch eine deutliche Einschränkung in der Bewegungsfreiheit. Sobald ihr euch etwas weiter von so einem Mikrofon entfernt, fällt die Lautstärke relativ schnell ab. Was aber auch so gewollt ist, da so eben möglichst wenig abseits eurer Stimme aufgenommen wird. Bei Bedarf kann man diesem Effekt aber auch durchaus mit einem Kompressor entgegenwirken. Insbesondere dynamische Mikrofone wie dieses hier zeichnen sich besonders durch einen sehr dichten, dafür nicht übermäßig detailreichen Klang aus, aber oft mit umso ausgeprägterer Richtwirkung. Trotzdem ist der allgemeine Mythos, dynamische Mikrofone würden per se weniger Raumhall- oder Störgeräusche aufnehmen, schlicht falsch, da hier deutlich mehr Faktoren reinspielen. Der wichtigste neben der Richtcharakteristik des Mikrofons ist der Abstand des Sprechers. Und eben auf diese extrem nahe Besprechung sind viele dynamische Mikrofone und insbesondere Bühnenmikrofone ausgelegt. Das Rode NT1 auf der anderen Seite ist ein typischer Vertreter der Kondensatormikrofone. Und auch das eignet sich hervorragend für VoiceOver und Podcasts oder eben überall da, wo das Mikrofon zu sehen sein darf oder auch soll. Im Unterschied zum Shure SM7B klingen solche Mikrofone eine Ecke detailreicher und auch offener. Das ist insbesondere aufgrund der leichten Membran möglich, die von kleinsten Details in Schwingung versetzt werden kann. Typischerweise klingen solche Mikrofone eine ganze Ecke lebendiger, voller und eben detailreicher. Die Richtwirkung ist auf der anderen Seite nicht ganz so krass ausgeprägt, wie zum Beispiel bei Broadcast-optimierten Mikrofonen. Zudem haben viele dieser Mikrofone einen besonders ausgeprägten Nahbesprechungseffekt, sprich eine sehr starke Bassbetonung, wenn ihr sehr nah herangeht. Der kann für viele Situationen auch zu stark sein, sodass der übliche Sprechabstand eher bei 15 bis 30 Zentimetern liegt. Das bringt auch eine Ecke mehr Lebendigkeit mit in die Aufnahme, indem sich die Stimme auf der Distanz entfalten kann. Wirklich gut funktioniert das aber auch nur in wirklich wohlklingenden Räumen. Habt ihr viele nackte Wände, kann der Klang ganz schnell davon zunichte gemacht werden. Abschließend zu dieser Mikrofonart. Eine pauschale Antwort, ob dynamisch oder Kondensator, USB oder XLR besser oder schlechter ist, gibt es nicht. Um hier das passende Modell für euch zu finden, habe ich zu eben diesen Themen bereits separate Videos gemacht. Die meisten integrierten Kameramikrofone haben ein Problem. Sie sind nicht übermäßig gerichtet. Das heißt, sie nehmen nicht nur den Ton von vorne auf, von dem, was die Kamera sieht, sondern meist von allen Seiten gleichermaßen. Abhilfe schafft hier ein Mikrofon, das man auf die Kamera draufstecken kann. Ein sogenanntes Kameramikrofon. Und ein solches werde ich jetzt mal anschließen. Während ihr bis eben das integrierte Mikrofon meiner Sony A7 III hören konntet, hört ihr ab nun das Rode Video Micro. Ein recht günstiges Kameramikrofon, das direkt oben auf der Kamera drauf montiert ist. Und das hat, wie man hören kann, eine deutlich höhere Richtwirkung. Das funktioniert aber auch nur relativ gut auf so einem geringen Abstand von ungefähr einem Meter. Sobald aber ein paar mehr Meter zwischen euch und eurer Kamera bzw. dem Mikrofon liegen, verflüchtigt sich die Richtwirkung relativ schnell. Insofern sind sie vor allem für alles geeignet, wo das Objekt, das aufgenommen wird, sehr nah vor der Kamera ist, wie zum Beispiel bei einem Vlog-Format. Ansonsten könnte man das Mikrofon natürlich auch noch näher an das Objekt ranbringen. Für den Zweck gibt es aber andere Mikrofone. Zum Beispiel typische Richtmikrofone. Ein solches habe ich hier gerade in Form des Rode NTG II. Die kann man entweder so in der Hand halten oder, viel üblicher, man hat sie außerhalb des Bildes. Und das probieren wir jetzt mal aus. Und genau da habe ich es jetzt positioniert. So gerade außerhalb des Bildes. Es befindet sich knapp über mir, keine 30 Zentimeter entfernt. Und genau das ist das Entscheidende. Auch wenn sie Richtmikrofone heißen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Ton entsprechend gerichtet aufnehmen, sind sie keine Wunderwaffen. Daher versucht man sie immer so nah wie möglich an die Tonquelle heranzubringen. Ich hier eben knapp über dem Bild. In Film und Fernsehen übernimmt das der Boom Operator, also der Tonmann, der das Mikrofon mit Hilfe einer Tonangel dynamisch so nah wie möglich ans Geschehen bringt. Und das, ohne dass es im Bild zu sehen ist. Üblicherweise handelt es sich bei diesen Mikrofonen auch um Kondensatormikrofone mit XLR-Anschluss. Daher brauchen sie zum Betrieb Phantomspeisung. Damit sie aber auch ohne Probleme unterwegs funktionieren, zum Beispiel direkt an Kameras, gibt es aber auch viele Varianten mit Batterien. Somit können sie alternativ direkt an die kleinen 3,5mm-Anschlüsse gestöpselt werden, die sonst nicht genügend Power liefern würden, um sie quasi als Kameramikrofon zu verwenden. Das eigentliche Interessante bei diesen Mikrofonen ist aber ihre ausgefuchste Technik. Sie zeichnen sich vornehmlich durch ihre lange Röhre aus und eben diese Röhre macht diese Mikrofone auch so besonders. Denn die soll nicht nur die Richtwirkung verstärken, sondern auch gleichzeitig die Umgebungsgeräusche durch physikalische Tricks reduzieren. Der Trick ist hier folgender. Die eigentliche Mikrofonkapsel befindet sich relativ weit hinten am Ende der Röhre. Aufgenommen werden soll nur das, was hier vorne in die Röhre reinkommt. Gleichzeitig dringt aber natürlich auch Ton von der Seite durch die Schlitze in die Röhre. Dieser wird aber nicht mit aufgenommen, sondern durch das Prinzip der Phasenauslöschung quasi eliminiert. Dabei wird einfach gesagt, der Schall so in der Röhre reflektiert, dass sich die Schwingungen überlagern, sodass sie sich gegenseitig auslöschen. Gleichzeitig wird aber auch der von vorne eintreffende Schall quasi verstärkt. Welche Frequenzen dabei wie gut ausgelöscht werden, hängt zu einem großen Teil von der Länge der Röhre ab. Je länger die Röhre, desto tiefer die Frequenzen, die eliminiert werden können. Aufgrund solcher Einschränkungen sind sie aber auch kein Allheilmittel. Daher wird mit Tricks wie Low-Cut-Filtern, also der Absenkung des Was-Bereichs versucht, auch bei kürzeren Modellen die Frequenzproblematik zu umgehen. Nutzt ihr ein solches Mikrofon an einem Schreibtisch-Setup wie ich jetzt gerade, zum Beispiel zum Streamen, müsst ihr euch aber auch bewusst sein, dass Geräusche von eurem Schreibtisch aufgrund der Ausrichtung leider nicht unbedingt perfekt rausgefiltert werden und so eben auch mit in der Aufnahme landen können. So cool das Prinzip der Phasenauslöschung auch ist, ist es in heimischen Setups in Innenräumen vor- und nachteil zugleich. Denn wie es so ist, haben wir nur in seltenen Fällen akustisch optimale Räume. Heißt, es gibt Raumhall. Wenn ich spreche, landet zwar einiges vom Schall direkt beim Mikrofon, vieles wird aber auch erst im Raum verteilt und kommt dann in Form von Raumhall zurück an die Seiten des Mikrofons. Hier kann es dann passieren, dass Teile meiner direkt aufgenommenen Stimme durch ungünstige Phasenüberlagerung mit ausgelöscht werden und der Ton hohl oder matschig wirkt. Das muss in der Praxis zwar nicht immer passieren, ist aber gerade in solchen Aufnahmesituationen durchaus eine Gefahr. Zudem funktioniert die Auslöschung des Raumhalls trotz der Richtwirkung nicht wirklich perfekt. Da wäre es ein deutlich größerer Vorteil, statt des langen Rohrs, die Kapsel selbst näher ran zu positionieren. Dabei kann uns der folgende Mikrofondyp helfen. Und zwar Kleinmembran- oder konkreter Stäbchenmikrofone wie das Rode NT5 hier. Ein weiteres nimmt mich jetzt gerade auf. Und zwar positionsmäßig genau da, wo zuvor das NTG2 war. Sprich, die Kapsel selbst ist deutlich näher dran. Und wie ihr hört, funktioniert so ein Mikrofon für mich definitiv besser. Sprich, der geringere Abstand ist hier in dieser Situation der größere Vorteil als die Richtwirkung des Richtrohrs. Durch den deutlich geringeren Abstand bin ich im Verhältnis zu den Umgebungsgeräuschen eine Ecke lauter, sodass selbst der Raumhall merklich geringer ausfällt als beim Richtmikrofon. Das hier wäre daher meine Empfehlung für alle, die selbst ein statisches Setup nutzen möchten. Für mich insgesamt ein kleiner, mehr oder weniger Geheimtipp, der viel zu selten in Betracht gezogen wird. Gleichzeitig lassen sich diese Mikrofone aber auch durch ein Stativ als zum Beispiel Podcast-Mikrofone missbrauchen. Allerdings klingen sie etwas neutraler und dadurch auch ein bisschen langweiliger als zum Beispiel typische Großmembran-Mikrofone. Trotzdem gibt es hier für die kleine Größe wirklich großen Klang. Wollt ihr solche Mikrofone wie ich jetzt als Overhead zum Beispiel für Stream nutzen, laden aber auch leider recht schnell Geräusche von eurem Schreibtisch in der Aufnahme. Das liegt aber einfach in der Natur der Sache. Übrigens eignen sich diese Mikrofone abseits dessen auch perfekt für Aufnahmen von Instrumenten, wenn das für euch relevant sein sollte. Was viele aus den Augen verlieren, sind die Mikrofone, die sie bereits besitzen. Integriert in verschiedenen Geräten, zum Beispiel Laptops, Tablets oder Handys. Was ihr ab jetzt zum Beispiel hören könnt, ist das integrierte Mikrofon des MacBook Air. Oder aber, was ihr ab jetzt hören könnt, das integrierte Mikrofon eines iPads. Insbesondere Letzteres bietet schon viele praktische Apps, zum Beispiel nicht nur für Videoschnitt, sondern auch für die Podcast-Erstellung. So hätte man hier zum Beispiel ein Gerät, mit dem man out of the box einen Podcast erstellen, schneiden und am Ende auch verwalten kann. Zu guter Letzt habe ich für euch noch Field Recorder mit integriertem Mikrofon. Das sind wirklich vielseitige kleine Standalone-Mikros, die nicht nur in der Lage sind, gute räumliche Atmo-Aufnahmen zu machen, sondern lassen sich auch direkt als Mikrofon für Sprache nutzen. Wahlweise mit direkter integrierter Aufnahme, komplett ohne PC, oder aber über USB quasi als USB-Mikrofon. Mit dem integrierten Mikrofon funktionieren diese Geräte bereits hervorragend. Noch besser wird es dann mit externen Mikros. Dann fungieren sie nicht nur als Vorverstärker, sondern auch als Aufnahmegerät. Zum Beispiel als Backup in Kombination mit Lavalier-Mikros, sodass ihr euch keine Sorge mehr um Reichweite machen müsst. In vielen Fällen nicht zu unterschätzen. Kommen wir damit zum Abschluss. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Überblick über verschiedene Mikrofonarten geben und dabei helfen, das richtige Mikrofon für euer nächstes Projekt zu finden. So gern ich mir hier auch mit euch Mikrofone aller Art anschaue, möchte ich euch zum Abschluss auch noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg geben. Probiert Mikrofone nach Möglichkeit selber aus. Denn jedes Mikrofon funktioniert mit jeder Stimme und in jeder Aufnahmesituation anders gut. Insbesondere der Ton, wie vieles andere auch, eine sehr subjektive Angelegenheit ist. In diesem Sinne schaut beim guten Michael Ziegern und den anderen Teilnehmer dieser Videorunde vorbei. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.